Ah, wir haben eine besondere Song mit einem besonderen Guest. Ja, das ist wirklich schon was sehr Besonderes, wenn man so auf der Reise der Musik, vielleicht auch der Gospelmusik, kennenlernt. Und eines Tages, da sind Leute gegangen, haben ihren Chor verlassen und dann kamen neue Leute dazu. Es ist immer in Bewegung, dieses Chorleben. Ja, und da kam einer, ein Lette, der jetzt in Barcelona lebt und das war ein ganz sympathischer Chor, der unglaublich gut Klavier spielen kann, hat einen ordentlichen Groove drauf. Und nun war er nett und konnte toll Klavier spielen und er begleitete den Berliner Soulchor. Und dann gab es Leute, die sagten, wir wollen mehr von dir, wir wollen, dass du mit uns singst. Und dann gibt es seit kurzem einen Chor, der heißt Waze with all your senses. Und jetzt haben wir einen Letten, der total klasse ist, ein toller Musiker, ein Musikant geradezu, ein toller Klavierspieler. Und jetzt auch noch Chorleiter in Berlin mit Waze. Und wie er singt, das könnt ihr jetzt sagen. Ich habe nicht begonnen, weil ich bin German, aber ich glaube, es ist etwas Neues. Ich habe nicht begonnen, weil ich bin German, ich bin German, ich bin German, ich bin German, ich bin German. Ich habe nicht begonnen, wie vieleibinden, wie viele, ich bin German, ich binît. I, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now. I see, I see, I see, through many, many dangers Toys and snares, toys and snares I, I have already to come This grace This grace will lead me home And lead me home When we've been there And down Seven years I shine as the sun We've known Let's praise To sing To sing God, God Praise And when we And we First be God Praise 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 Amazing 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 Z Z Oh, this amazing grace. All right, all right, all right, all right. Hey, 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 hey Aber ich bin jetzt nicht die Älteste. Ich muss mir mal von Ihnen das gehen. Guten Tag, Kani! Leiter Gürtel!